Dass ich überhaupt Germanistik studiere, hatte viel damit zu tun, dass ich schon als ganz kleines Kind sehr gern gelesen habe. Schon ab 6-Jähriger habe ich ganz, ganz viele Bücher verschlungen, war fast jeden Tag in der Bibliothek, auch in der Öffentlichen und habe sie mir da geholt. Deshalb war es naheliegend, das zu studieren. Und in der Rückschau auch ein bisschen verständlich, weil ich hatte keine Vorbilder. Das heißt, ich musste aus dem wählen, was ich selbst kenne, das waren die Bücher. Hätte ich eine Juristin, eine Ärztin oder einen, keine Ahnung, Wirtschaftswissenschaftler in meiner Familie gehabt, hätte ich das vielleicht auch als möglichen Weg gesehen. Aber diese Vorbilder waren ja nicht. Wie hat die Schneidermeisterin darauf geschaut, dass die Enkeltochter da auf die Idee kommt, zu studieren? Kann man nicht erinnern. Die hat sowieso ihr Ding gemacht. Die war unterwegs in die Welt und hat sowieso nicht gefragt. Genau. Aber momentan, finde ich, ist meine Position ja eine hochpolitische. Dadurch, dass ich als Chefin des Momentum-Instituts tatsächlich an der Schnittstelle auch zur Politik arbeite, unsere Analysen, unsere politischen Empfehlungen, ja auch aufgegriffen, medial diskutiert werden, ist das tatsächlich ein hochpolitischer Job, der mir viel Freude macht. Sind Sie stolz auf Ihre Enkelinge, auf das, was Sie sozusagen den Beitrag, den Sie da leistet, gesellschaftlich? Einmalig. Einmalig. Und sind das Themen, die ihr auch diskutiert miteinander? Also da geht es ja um ganz große Gesellschaftsthemen unserer Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Nein, ich passe ja auf die Enkelkinder auf. Ja, das sind ja diese ganz alltäglichen Probleme, die hinter großen gesellschaftlichen Problemen hängen. Wenn es um Chancengleichheit geht, wenn es um Strukturen geht, Vereinbarkeit von Kind und Karriere, Demokratieverständnis, Globalisierung, Klimawandel, das sind so die Themen, wo ihr versucht, konkrete Lösungen für diese großen Dinge zu entwickeln. Und wenn wir dann auf die Politik schauen, dann haben wir das Gefühl, irgendwie geht das alles nicht. Und eigentlich wissen wir eh nicht, wo wir anfangen sollen. Und wer? Lassen wir es. Oder? Ja, ja. Ich verstehe das Gefühl. Gleichzeitig versuche ich da dagegen zu halten. Weil wenn wir aufgeben, können wir uns nicht leisten. Also bei den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klimakrise wurde schon angesprochen, können wir uns nicht leisten, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Im Gegenteil, da müssen wir jeden Tag aufstehen und wieder versuchen und wieder versuchen und wieder versuchen. Und ich hoffe, das schreiben Sie mir irgendwann auf den Grabstern. Ich habe es zumindest versucht. Jeden Tag. Und die zweite Sache, die da vielleicht noch stehen soll, ich bin darüber nicht bitter geworden. Weil das ist eigentlich eine große Gefahr, sehe ich auch in meinem Umfeld, dass man dann anfängt, zynisch zu werden oder bitter. Und also ich meine, in Wirklichkeit, meine Großmutter hat es gerade geschildert, das Schönste ist, wenn man an seiner Arbeit Freude empfindet. Und das geht mit Bitterkeit nicht. Also das würde ich mir, ich hoffe, ich bewahre mir das. Bundeskanzler Kurz hat kürzlich gesagt, dass in seiner Funktion für einen Papamonat keine Zeit ist. Und ich frage mich, warum eigentlich nicht? Das finde ich tatsächlich ein verheerendes Signal. Weil es halt immer noch sozusagen einzahlt auf die Geschichte, man sei unersetzbar, selbst für eine kurze Zeit. Keine Mutter jemals würde sagen, also mein Job ist zu wichtig, als dass ich mich um mein Kind kümmere. Und würde sie sagen, sie hätte ordentlich Ärger in den sozialen Medien und anderswo. Oder würden ihr viele Leute ausrichten, was sei sie für eine schlechte Mutter, Rabenmutter etc.? Ein Vater kann das nach wie vor sagen. Das ist vor allem deshalb schade, weil wir es in dieser Regierung erlebt haben, dass es geht. Die Justizministerin ist kurz ausgestiegen, Susanne Raab ist ausgestiegen. Nicht für ewig, das ist klar. Aber für einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten wäre es natürlich machbar, wäre es natürlich möglich. Und es wäre ein Signal für die gesamte Gesellschaft, dass klar ist, wie wichtig auch immer dein Job ist. Dein Kind und deine Partnerin oder dein Partner, mit dem du es hast, ist momentan einfach wichtiger. Also diese Prioritätensetzung würde ich mir wünschen in unserem Land. Die Krawattenpflicht des Buch, da ging es dir ja um dieses Machtsymbol. Gibt es da heute andere? Ich würde sagen, die Krawatte ist es immer noch. Es war vor allem auch die Art der Uniformierung. Also es ist einfach, sich für einen Mann für öffentliche Auftritte gut zu kleiden. Jemand, der einen Mann im Anzug sieht, wird nicht darüber nachdenken, ob das jetzt richtig ist und ob das gut aussieht. Sondern es ist quasi die Arbeitsuniform. Und man ist damit morgens, mittags, abends und beim Dinner danach immer richtig angezogen. Frauen haben es da viel schwieriger. Zu jeder Tageszeit müsste man eigentlich was anderes anhaben. Die Frage der Schuhe, die Frage der Handtasche, die Frage der Frisur, die Frage des Make-ups. Also Frauen haben so viel mehr zu bedenken, wenn sie sich in die Öffentlichkeit wagen als Männer. Das war früher sicher nochmal Ärger. Und war gestern bei der Rendi-Wagner natürlich in der Nachbetrachtung ein Riesenthema. Das war natürlich wieder das Thema, was hat sie an, wie schaut sie aus. Was hat sie an. Genau, und wie die Haare liegen, fragt man sich beim Werner Kogler, eh schon nimmer. Also dementsprechend ist das tatsächlich ein großer Unterschied. Und das ist für Frauen, deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, einfach ein Aufwand. Und wir hören nicht so genau hin, was sie sagen, sondern wir reden vor allem darüber, wie hat sie ausgeschaut. Und das ist ja schade, weil dann ihr Inhalt kommt vor. Lukas, mach's.